Nachdenkseiten Die kritische Website Schallangriffe auf US-Diplomaten Mit ARD aktuell ist ganzjährig 1. April Von Volker Bräutiger und Friedhelm Klingkammer Das Staatsgebilde der US-Amerikaner gilt, wer wolle das bestreiten, als das Allerwichtigste auf dieser Welt. Deshalb wird ihm hierzulande mehr journalistische Aufmerksamkeit gewidmet als der restlichen Menschheit. Als das State Department in Washington vor fast 6 Jahren behauptete, wertvolle US-Diplomaten in Havanna seien Opfer eines ominösen Schallangriffs geworden, grapschten die Faktenfinder der Tagesschau begeistert nach diesem Giftköder der CIA-Schwadron psychologische Kriegsführung. Seither erzählten ARD aktuell Redakteure das Ammenmärchen dutzend Mal in unterschiedlichen Varianten. Oft genug, zuletzt im März 2023, wurde dem nüchternen Betrachter deutlich, dass die Geschichte purer Humbug war. Selbst der CIA wurde die Nummer irgendwann zu peinlich. Nicht so den Volljuristen von der Tagesschau. Die machen damit einfach weiter. Unter dem Titel USA weisen zwei kubanische Diplomaten aus, hatte Tagesschau.de am 10. August 2017 noch halbwegs trocken gemeldet. Mehrere Mitarbeiter der US-Botschaft in Havanna wurden krank. Warum, ist nicht klar. Die USA reagierten, indem sie zwei kubanische Diplomaten des Landes verwiesen. Den Zusammenhang können sie nicht so recht erklären. Zwei Wochen später aber langten dann die Faktenfinder der ARD aktuell zu. US-Diplomaten in Kuba krank durch Schallwaffen? Mehrere US-Botschaftsangehörige in Kuba hatten laut State Department plötzlich körperliche Beschwerden. Als Ursache werden akustische Angriffe vermutet. Die Zentralredaktion hätte es bei diesem Eumel belassen können. Auch sowas versendet sich. ARD aktuell aber schob die Räuberpistole nicht unauffällig ins Archiv, sondern legte einen Monat später nach. USA erwägen Schließung der Botschaft in Kuba. Die USA reagieren auf mutmaßliche Akustikattacken gegen ihre Botschaftsmitarbeiter in der kubanischen Hauptstadt Havanna. Insgesamt 16 Mitarbeiter wiesen gesundheitliche Schäden auf, die laut US-Angaben durch mysteriöse akustische Attacken hervorgerufen worden sein sollen. Die Armees veranlassten tatsächlich eine wissenschaftliche Untersuchung der mysteriösen Erkrankungsfälle. Daraufhin setzte die Tagesschau ebenfalls ihre Fehlleistung fort, letztlich über Jahre. Zunächst fuhr das ARD-Studio Washington im Februar 2018 auf einen Artikel ab, der in der medizinischen Zeitschrift Journal of the American Medical Association erschien und von denkbaren Schädel-Hirntraumata der angeblichen Opfer handelte. Kranke US-Diplomaten in Kuba. Wie nach einer Gehirnerschütterung. Der Chefredakteur und seine Vizes denken aber gar nicht daran, evidenten Blödsinn wenigstens nachträglich und öffentlichkeitswirksam zu korrigieren. Auch dummdreiste Propaganda beeinflusst schließlich Michels Meinung in gewünscht pro-westlichem Sinne. Die nachfolgenden Zitate sind dem oben erwähnten Gehirnerschütterung-Artikel entnommen. Er war eine gute Weile in der Mediathek der Tagesschau.de nachzulesen, ehe er erklärungslos entfernt wurde. Im allgemeinen Webarchiv findet man das edle Teil trotzdem, wenn man den erblindeten Link in die Suchzeile eingibt. Auszüge 2017 klagten 21 Mitarbeiter der US-Botschaft in Kuba über Beschwerden, die auf einen mutmaßlichen akustischen Angriff hindeuten. Schwindel, Kopfschmerzen, Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen und Tinnitus gehörten zu den Symptomen, die die Mitarbeiter beeinträchtigten. Forscher der University of Pennsylvania stellten fest, dass die Beschwerden am ehesten denen nach einer Gehirnerschütterung gleichen, ohne dass es je eine Erschütterung gegeben habe. Die meisten Betroffenen hatten ein durchdringendes Geräusch wie ein Brummen oder Quietschen gehört, einige außerdem von ungewohntem Druck und Vibrationen gesprochen. Ohren zuhalten hatte dagegen nicht geholfen. Das hatte Spekulationen über einen gezielten Angriff ausgelöst. Es folgen weitere Details über die entsetzlichen Qualen, denen jene armen US-Diplomaten, niemand sonst, angeblich ausgesetzt waren. Schlussfolgerungen? Das Geräusch selbst halten die Experten als Ursache für unwahrscheinlich. Hörbare Geräusche würden in der Regel keine Hirnverletzungen auslösen. Auch eine Art Massenhysterie halten die Forscher für unwahrscheinlich. Okay, wenn schon US-Wissenschaftler ihre Landsleute von Massenhysterie freisprechen, dann ist für die Tagesschau natürlich auch alles sauber. Pures Pech, dass die Tonaufzeichnungen von den mysteriösen, angeblich gesundheitsschädigenden Geräuschen nichts Verwertbares hergaben, obwohl sie von den Opfern selbst mitgeschnitten worden waren. Wir haben es demnach mit richtig fiesem Schall zu tun, der nur von US-Diplomaten wahrgenommen werden kann, von anderen Menschen nicht. Auch handelsübliche Mikrofone sprechen nicht darauf an. Der Homo sapiens americanus diplomaticus kriegt davon aber Hirnschäden. Akut spinose stupiditose, eine Krankheit, die nicht mal im medizinischen Nachschlagwerk Scramble verzeichnet ist, so speziell und elitär US-amerikanisch ist sie. Eine solche Sensation, kubanische Schallattacke, viele US-Opfer zu vermelden, ist Tagesschaupflicht. What mut, dot mut, sagt der gebildete Qualitätsvolljournalist. Dass Schallwaffen, die präzise zwischen US-amerikanischen Trommelfällen und denen von anderer, geringerwertiger Nationalität unterscheiden, nur im Reich einer kranken Fantasie existieren, fällt ihm nicht auf. Na gut, na schön, hat alles seine zwei Seiten. Je mehr Schwachsinniges die Hamburger Luxus-Nachrichtenredakteure absondern, desto härter im Nehmen wird das Publikum. Immerhin wagten die Edelfedern eine spekulative Zwischenüberschrift, wenn auch nur mit Fragezeichen. Zirpen einer Grille? Kubanische Experten hatten nach Abhören einer Aufnahme des Geräuschs erklärt, es könne sich um das Zirpen einer Grille handeln. Die amerikanischen Mediziner sehen dagegen keine Anzeichen für eine Simulation. Kubanische Experten haben ja keine Ahnung von dem, was US-Diplomaten alles hören können. Grillen sollen das gewesen sein? Lachhaft. Mindestens Urknall war das. Und deshalb bot Tagesschau.de den sagenhaften Blödsinn zusätzlich in der ARD-Mediathek als Audioclip an, unter dem Titel US-Botschaft in Kuba. Symptome der Mitarbeiter bleiben weiter medizinisches Rätsel. Inzwischen wurde er dort allerdings ebenfalls gelöscht. Und zwar so gründlich, dass er nicht einmal mehr in der Wayback Machine zurückzuholen ist. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht nur zum Angebot von Bildungs- und Informationsprogrammen verpflichtet, sondern hat auch einen Unterhaltungsauftrag. Aber besoffen machen sollten seine Nachrichtenangebote eigentlich nicht. Zu bedenken wäre außerdem, was einmal als angeblicher Fakt ins kollektive Hirn der Öffentlichkeit gedängelt wurde, lässt sich nicht mehr ausbeulen. Es kann später noch so oft widerrufen und richtiggestellt werden. Das ursprünglich Gehörte bzw. Gelesene wird nicht restlos aus dem Gedächtnis gelöscht. Sein Einfluss aufs Unterbewusstsein bleibt bestehen. Die dummdreiste antikubanische, antikommunistische Propagandanummer der USA fand international Aufmerksamkeit. Deppenfernsehen wird ja nicht nur in Deutschland geboten. Solcher Erfolg macht süchtig. Die Washingtoner Spin-Doktors sputen ihr Idiotenstück deshalb noch mehrere Male andernorts ab. Als nächstes waren im Juni 2018 die Chinesen dran. Vorfälle in China. Rätselhafte Erkrankung von US-Diplomaten. Abermals assistierten die begnadeten Qualitätsjournalisten der ARD aktuell. Ärzte untersuchen Erkrankungen von US-Diplomaten in China. Zuletzt erkrankten US-Diplomaten in Kuba an einem mysteriösen Ohrenleiden und lösten eine diplomatische Krise aus. Jetzt melden US-Behörden ähnliche Vorfälle aus China. Erkrankt. Tatsache. Hypochonder und Simulanten mit Amipass gibt es für die Tagesschau nämlich nicht. Nachrichten aus den USA übernimmt die deutsche Elitenjournalie ungeprüft. Das schützt den Restbestand an grauen Zellen des ARD aktuell Redakteurs vor Gebrauchsspuren und verbessert seine Karriereaussichten. Ähnliche Vorfälle wie in Kuba. Aus US-Regierungskreisen verlautete, die aus China eingeflogenen Amerikaner würden an der University of Pennsylvania behandelt. Dabei soll auch herausgefunden werden, ob es Zusammenhänge zwischen den Vorfällen auf Kuba gäbe. Zusammenhänge zu. Mieses Deutsch, auch das noch. Volle Tagesschau-Dröhnung. Fakten. Nichts als Fakten. In der kubanischen Hauptstadt Havana waren seit September 2016 mehr als 20 Botschaftsmitarbeiter an mysteriösen Ohrenleiden erkrankt. Einige der Betroffenen verloren dauerhaft ihr Gehör. Kein angeblich, kein, wie es heißt, nein, die reine Grundwahrheit. Betroffene verloren dauerhaft ihr Gehör. Futsch, für immer taub, telefonisch nicht mehr erreichbar. Bezweifeln in Frage stellen, die Unlaubwürdigkeit solcher abenteuerlichen Behauptungen bemerken. Nichtsache der Tagesschau. Sie machte weiter auf der nach oben offenen Verblödungsskala. Im Mai gaben die USA eine Gesundheitswarnung für die Diplomaten heraus. Wirklich kalorienreich, dieser Quatsch mit Soße. Das State Department gibt auch Warnungen vor Gesundheit raus. Das meldet dann die Tagesschau. Zu viel Gesundheit ist ungesund. Sprache ist der Schlüssel des Denkens. Sie offenbart auch, wer damit die Tür nicht zukriegt. ARD aktuell denkt nicht daran, auf das Offenkundige hinzuweisen, dass die Regierung in Washington den Flohzirkus auf dem Trommelfell ihrer Auslandsvertreter zunächst hauptsächlich für den Hausgebrauch veranstaltet haben dürfte. Schließlich haben viele US-Bürger die von Obama eingeleitete kurze Entspannungsphase genutzt und günstige Reisen nach Kuba unternommen. Nach Kuba? Zu den Kommunisten? Das geht gar nicht. Da hatte dringend was geschehen müssen. Also? Mysteriöse Schallattacken. USA warnen vor Reisen nach Kuba. Wer ist für die mutmaßlichen Schallattacken auf US-Diplomaten in Kuba verantwortlich? Die Frage ist weiter offen. Die US-Regierung zieht nun mehr als die Hälfte ihres Botschaftspersonals ab. Zudem gab sie eine Reisewarnung heraus. Nach der Gesundheitswarnung kommt die Reisewarnung. Und nach dem Hals der abwaschbare Gummikragen. Wer solche ARD-Nachrichtenredakteure hat, braucht sich um die Zukunft der Realsatire nichts. Mutmaßliche Schallattacken heißt, es ist anzunehmen, dass es die gab. Es handelte sich also nicht bloß um vorgebliche Schallattacken oder ebenfalls um angebliche? Ach was, ein ARD-Aktuellredakteur pfeift auf sprachliche Genauigkeit, denn die Frage ist weiter offen. So offen wie Hirnriss. Mit dem Havanna-Syndrom im Schlepp hielt das ARD-Flaggschiff jahrelang agit Popkurs. Keine Rede davon, dass US-amerikanische und britische Wissenschaftler die Seifenblase vom Schallangriff schon ein Jahr später hatten platzen lassen, im Januar 2019. Die Wissenschaftler verglichen die Aufzeichnungen der Geräusche, die von ehemaligen Mitarbeitern der Botschaft vorgelegt worden waren, mit dem Zirpen von Grillen der Art Onurogyllus Telerinictus, bekannt als indische Kurzschwanzgrille. Sie stimmt bis ins Detail mit der Aufzeichnung überein, und zwar in Dauer, Pulsfolgefrequenz, Leistungsspektrum, Pulsfrequenzstabilität und Schwingungen pro Puls. Die New York Times titelte, die Geräusche, die US-Diplomaten in Kuba heimsuchten, liebeskranke Grillen, sagen die Wissenschaftler. Der Artikel geht gut zur Sache. Aufnahme von beunruhigenden Geräuschen, die von amerikanischen Diplomaten in Kuba gemacht wurden, in Wirklichkeit von einer sehr lauten Grillenart stammen könnte. In einer anderen Quelle im April 2019. Die Geräusche stammten von Grillen, die in der Umgebung der Botschaft vorkommen. Die Studie, die auf der Konferenz der US-amerikanischen Society for Integrative and Comparative Biology, SICB, vorgestellt wurde, bestätigt, dass die Geräusche, die Diplomaten und Beamte der US-Botschaft angeben, gehört zu haben, mit dem Zirpen übereinstimmt. Treffer versenkt? Aber nicht doch nein! So leicht geht das Flaggschiff der ARD nicht unter. Die Tagesschau lief trotz des schweren Einschlags weiter volle Fahrt. Im Oktober 2021 erschien dieser Titel auf tagesschau.de. Havanna-Syndrom-Gesetz. Darunter neue Fakten. Versteht sich wieder nichts als Fakten. Mehr als 200 US-Botschaftsmitarbeiter leiden am Havanna-Syndrom. Es klingt fast wie in einem Agentenfilm. Mitarbeiter in US-Botschaften klagen über mysteriöse Symptome wie Schwindel, Hör- und Sehstörungen, Migräne und Gedächtnisverlust. Ursache sind offenbar Verletzungen des Gehirns, mutmaßlich verursacht durch schädliche Funkwellen unbekannten Ursprungs. Fast wie in einem Agentenfilm. Der Vergleich lag nahe. Denn im August 2021 war auch Berlin in den Blick geraten, Schauplatz für viele Spionage, Thriller und tatsächlich Spielwiese zahlreicher Geheimdienste. Havanna-Syndrom bei US-Diplomaten in Berlin. Mehrere Beschäftigte der US-Botschaft in Berlin zeigen offenbar Symptome des Havanna-Syndroms. Medienberichten zufolge haben sich mindestens zwei US-Vertreter in ärztliche Behandlung begeben. Die Quellenangabe Medienberichten zufolge taugt nichts. Aber wenn der Tagesschau-Redakteur in Berlin nun schon mal beim Schmoddeln ist, kann er auch gleich eine Portion antirussische Hetze untermischen. Daran hatte es im Zusammenhang mit den Schallwaffen noch gemangelt. Forschung an Akustikwaffe? US-Diplomaten räumten ein, dass es in der Vergangenheit bereits ähnliche Fälle in anderen europäischen Staaten gegeben habe. Manche der Opfer seien Offiziere der Nachrichtendienste, die sich vor allem mit Russland befasst hätten. Edle, mit Russland befasste CIA-Offiziere hatten Ohrensausen. Diese Russen sind aber wirklich sowas von gemein. Brisant ist in diesem Zusammenhang, dass Russland nach Recherchen des Spiegel und der schwedischen Plattform Bellingcat an einer Methode arbeiten soll, aus der Ferne gefährliche Wellen an eine Zielperson zu senden. Russland soll an einer Methode arbeiten? Nichts Genaues weiß man nicht schlimm, dieser Putin. Der Spiegel übrigens war mal ein Nachrichtenmagazin. Lang, lang ist's her. Bellingcat hingegen ist noch immer keine schwedische Plattform, sondern britisch. Eigentlich auch keine Plattform, sondern CIA-geschmierte Nichtregierungsorganisation mit Sitz in London. Dass sie hauptsächlich Falschnachrichten transatlantischer Geheimdienste verbreitet, sollte ein Tagesschau-Redakteur eigentlich wissen. Mit dem Respekt vor den anerkannten journalistischen Grundsätzen ist es bei der Tagesschau allerdings nicht weit her. Und deshalb treibt sie ihre Hetze auch ungeniert auf die Spitze. Verdacht gegen Russland Vertreter aus der US-Regierung äußerten in der Vergangenheit den Verdacht, russische Geheimdienste hätten ihr Botschaftspersonal angegriffen. Die US-Geheimdienstkoordinatorin Avril Haynes musste allerdings Anfang August einräumen, dass die Ursache des Havanna-Syndroms noch immer nicht gefunden sei. Klar doch, der Russe provoziert rund um den Globus und deshalb vermeldete die Tagesschau im Oktober 2021 ein paar Wochen nach dem Avril Haynes-Klops Havanna-Syndrom nun auch in Kolumbien. Im Umfeld der US-Botschaft in Kolumbiens Hauptstadt Bogota Menschen erkrankt. Machen wir einen Zeitsprung. Im März 2023 bestand die vorerst letzte Chance für die Tagesschau, zu journalistischem Anstand zurückzufinden. Und weder kriegte sie die Kurve nicht. Havanna-Syndrom bleibt ein Rätsel. Ein nun veröffentlichter Bericht der Geheimdienste stellt lange gehegte Verdächtigungen von Betroffenen in Frage. Sie könnten Ziel einer globalen Kampagne Russland oder eines anderen Landes geworden sein. Stattdessen hieß es in dem Bericht, es gebe mehr Beweise dafür, dass das Ausland nicht beteiligt war. Hervorhebung der Verfasser. Die US-Geheimdienste höchstselbst haben also ihrer Story die Luft rausgelassen und machten einen Rückzieher. Aber die Tagesschau macht weiter, dass die Schwarte kracht. Havanna-Syndrom bleibt ein Rätsel. Eine notwendige Klarstellung Mikrowellen und Schallkanonen gibt es wirklich. Sie wurden in Deutschland entwickelt von Rheinmetall, DETEE Düsseldorf und DLBGT-Defense Nürnberg. Darüber kam nichts in der Tagesschau. Natürlich nicht. Und wer hat diesen Dreck verkauft und als erster eingesetzt? Die USA. Natürlich doch. Schon vor 20 Jahren in ihrem völkerrechtswidrigen Irakkrieg. Falls Ihnen, verehrte Leser, demnächst ein ARD-Aktuellredakteur über den Weg laufen sollte, schöne Grüße von der indischen Kurzschwanzgrille. Sie habe sich sehr über die mediale Aufmerksamkeit gefreut. Anmerkung der Autoren Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.